Wieso gibt es ein Passwort dafür, wenn man keinen Robotermeister schlägt und Game Over geht? Was für einen Sinn hat das? Okay, bei NES Passwörter verstehe ich, weil, keine Ahnung, Speicherfunktionen noch nicht so ausgeprägt und, ähm, Passwörter helfen. Aber, wieso, in Gottes Namen, bevor man den ersten Endgegner besiegt hat? Wer braucht da ein Passwort? Wer will seinen Versagerspielstand nochmal laden? Pfff, das war eng. Den können wir jetzt killen und den danach und, äh, so macht man das. So, und so macht man das auch und perfekt und wir gehen weiter. Hey, wir haben die Stelle zum ersten Mal geschafft und das haben wir, ach. Ähm, nee, bitte. Lass das nichts... Uah, 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 stirb. Ah, okay, der springt hin und her. Uah, nein! Nein, die kommen wieder! Nein! Oh, nee, jetzt, oh, ich hätte springen sollen. Spammen. Los! Und drüber! Uah, uah, das war mir so klar, dass der da hinten in den Abgrund springt, das war mir so klar. Naja. Uah, uah. Juhu. Sollten wir vielleicht erstmal da hinten hochgehen? Das sieht mir sehr verdächtig nach irgendeinem Energiecontainer aus oder so. Oder nach Leben. Auch möglich. Und da ist natürlich der Gegner wieder und wir werden wahrscheinlich genauso viel Leben verlieren, wie wir eben bekommen haben. Oder noch mehr. Oh, wir kriegen sogar nochmal Kleines. Also, das habe ich auch noch nicht erklärt, aber ich denke, viele Leute kennen Mega Man. Wir können große und kleine Energien einsammeln, die dann jeweils auch entsprechende Energiemengen liefern. Das Elbe gibt es auch mit Waffenenergie, aber da wir im Moment nur Rush besitzen, ist es, glaube ich, nicht so interessant. Stirb. Und stirb. Die Stage hier ist doch gar nicht so schwer. Das heißt, der Endgegner wird wieder schlimm. Oder nicht? Wer weiß. Was gibt's denn hier Schönes? Äh. Das war genau wie bei Skullman. Wahrscheinlich ist es irgendwo ein Energietank und es... Okay, andere Richtung. Tschüss. Keine Lust auf irgendwelche Grashüpfer. Das hier sieht doch wesentlich besser aus. Nein. Ah, okay, Rush. Ja, ich wollte schon sagen, müssen wir jetzt sterben? Nein, müssen wir nicht, denn wir haben Rush. Und wir haben das hier. Und wir haben das hier und... Ein Energietank und ein Leben. Und dafür sind wir jetzt hier runtergegangen. Na super. Und jetzt dürfen wir hier den ganzen Weg... ...mit Rush zurück. Ja. Oh Mann, sonst kommen wir hier nicht rüber. Wow. Wer hat sich das hier denn bitte schon wieder ausgedacht? Wenn ich jetzt keinen Rush von Energie mehr hätte, dann... ...wäre ich hier... ...ja, müsste ich hier verrecken. Sonst wäre es das gewesen. Und dann... ...würde das auch alles keinen Sinn mehr geben. Und jetzt kommen wir zu den Grashüpfern. Oh Mann, juhu. Spring runter, du Mistvieh. Jetzt springt der gegen die Wand. Nein, ich hätte... ...ich hätte vorher schießen sollen. Ich hätte vorher schießen sollen. Okay. Bitte... ...taucht nicht... ...nah, die tauchen wieder auf. Die... ...ja, wunderbar. Und nächster. Und spring runter. Oh, nein. Ich will hier auf den. Danke. Und weiter. Weiter, 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 weiter. Oh, nee. Nein, nein. Jetzt kommt das Ding wieder. Wer hat diese dummen... ...Grashüpfer? Ach, nee. Ich hätte schon wieder springen müssen. Ich will da nicht so hektisch... ...an die Sache rangehen. Genau deswegen. Das ist doch nicht schön. Nein, nein. Es ist nicht. Okay, wir starten immerhin hier. Und dank des Extralebens... ...war das jetzt auch nicht so schlimm. Und wir haben jetzt zwei Energietanks... ...und beim nächsten Endboss... ...und zwar hier. Ah, Hilfe! Was war das denn schon wieder? So. Beim nächsten Endboss werden wir definitiv... ...au mal gewinnen, damit wir jetzt nicht... ...drei Videos noch hintereinander... ...keinen Endboss besiegen, weil... ...das wäre irgendwie schlecht. Aber ich sage euch, unter 20 Parts... ...kommen wir nicht... ...mit Megaman durch. Da kann ich machen, was ich will. Ich bin kein guter Megaman-Spieler. Und stirb... ...und rüber! Ja. Und hoch. Wunderbar. Ja. Oh, brauchen wir die Energie da oben. Ja, mein Gott. Wenn wir den Gegner besiegt haben... ...da können wir auch mal Rush rausholen. Uns die Energie holen. Uns die Energie... Ja. Genau das wollte ich damit. Mann. Los Rush. Ja, genau so. Uns die Energie holen, damit wir... ...mit Rush auch mal wieder ein bisschen weiter... ...gehen können. Nun ja. Wir sind jetzt hier... ...in der... ...Sparkman. Nein. Sparkman war im anderen Megaman-Teil. Ich... ...dreh schon am Rad. Das... ...ich sehe schon, das wird nicht... ...schön. Ssss. Uah. Wie... ...hätte man da bitte... Hä? Ich verstehe es nicht. Wie viele leben? Eins. Uah. Ne. Bitte. Ich will zum Endgegner kommen. Mh. Ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich mir unendlich viele Energietanks einsammle... ...und dann zu einem der Endgegner-G, wo wir schon waren, die... ...schlagbar sind, wenn man halt ganz viele Energie-Container hat. Aber... ...ich glaube, das liegt weder in eurem noch in meinem Interesse. Mir einfach ganz viele Energie-Container zu holen. Nicht unbedingt das erstrebenswerteste. So, jetzt müssen wir aber nochmal warten, weil sonst würden wir da hinten wieder runterfallen. Mensch, ich mach halt... Ich spiele jetzt... Nein! Wieso springe ich nicht ab? Das war doch... ...perfekt. Ich spiele jetzt schon über eine halbe Stunde und hab noch überhaupt nichts erreicht. So, jetzt aber. Haha. Und jetzt wieder zu der Passage, wo wir jämmerlich verrecken werden. Hoffe ich nicht, aber... ...es wird passieren. Juhu. Sliden. Nein, die Glühbirne lassen wir, weil ich hab keine Lust, hier nichts mehr zu sehen. Uah! Uah! Und Spring-Megaman. Und Spring-Megaman. Und wieso verfolgt uns dieser dumme Funken da immer noch? Nein! Nein! Och, komm. Nee, das ist nicht fair. Dieses Stage ist definitiv schwer. Der Endgegner kann nicht so schwer sein wie die Stage, also... Wir müssen es nur zum Endgegner schaffen und dann kriegen wir ihn auch mit zwei Energietanks. Da bin ich zuversichtlich. Und ich hab schon wieder zu spät geschossen. Oha! Juhu. Und weiter. Also bitte lacht mich nicht aus oder so. Ich spiele dieses Spiel blind und ich hab jeden Respekt vor Leuten, die dieses Spiel hier können. Die Megaman generell können. Aber ich wollte mir halt auch mal so eine kleine Herausforderung bieten. Vielleicht ist es bei euch angekommen. Die Spiele, die ich bis jetzt gespielt hab, waren immer recht... Ja, die konnte ich immer recht gut. Oder waren immer recht leicht für mich. Könnte man auch sagen. Und das hier ist halt mal... So ein bisschen anspruchsvoller. Ach nee, kommt's. Nee. Ah, drei Videos. Nein. Das kann doch nichts wahr sein. Ich muss mir ja jedes Stage... Sollen wir es nochmal probieren bei Brightman? Nein. Das... Das hört sich gut an. Das ist wunderbar. Ja. Ah, guckt euch den an. Er hat oben ein Gebläser auf seinem Kopf. Haha. Haha. Der kann nicht so schwer sein. Nein. Das hab ich jetzt zwar schon bei jedem gesagt, aber... Es trifft wahrscheinlich auch bei jedem zu, wenn man die... Ha. Wer ahnt damit, dass die plötzlich aus dem Boden kommen? Ich weiß, ich bin... Ein wenig schlecht unterwegs. Aber das kriegt ihr alles zu sehen. Also, wenn ihr euch bis jetzt alles angesehen habt, dann tut es mir sehr leid, weil bis jetzt ist nichts wirklich passiert. Und, ähm... Dann danke ich euch umso mehr, dass ihr meine Fans doch etwas... Von mir sehen wollt. Auch wenn es denn nur Gülle ist. Aber vielleicht ist es auch für euch auch mal schön zu sehen, wie der Sozi einfach derbe verscheißt. Höh! Ah, okay. Man muss da runter. Ich wollte schon sagen, da hinten sieht es nicht so aus, als würde es weitergehen. Und die Energie war sehr gut. Ah. 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 Wieso kommt da nochmal einer? Ich weiß es nicht, aber es interessiert mich auch nicht. Hä? Nein. Blöcke, die aus dem Nichts erscheinen. Nein. Stirb. S- Nein. Ganz blöd. Ganz blöd. Ein Leben. Und es liegt auf den Stacheln. Ich glaube es nicht. Es leckt so ein bisschen. Merkt ihr das? Es ist nicht... Nicht gut. Nicht gut. Ja. Wir haben die dummen Blöcke überstanden. Ich wollte sliden. Und ich wollte hoch. Oh. Zum Glück verschwinden die Gegner, wenn man aus dem Bildschirm geht. Ah. Ja, ein Leben. Dankeschön. Wer auch immer du bist. Ich weiß es nicht, aber... Anscheinend... Okay. Ich hatte jetzt schon so ein wenig Angst. Ja. Was? Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Was soll man denn hier machen, bitte? Einfach alle Steine kaputt schießen. Und hoffen, dass wir irgendwie durchkommen. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Boah. Wir müssen da oben die auch mal kaputt schießen, sonst... Könnte das ein weniger schönes Ende nehmen? Ja. Gut. Zack, 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 zack. Einfach alles kaputt schießen. Ja, was erwartet man von einer Stage von Bora, man? Also, das ist ja wohl... Bora. So. Aber ich finde die Idee von Mega Man schon recht cool. Und auch, dass die Entwickler als Capcom das so durchgezogen hat, wie sie es gemacht haben. Uah, zieh. Oh, nee. Wie hätte man da ordentlich durchkommen sollen, bitte? Okay, ich kann's mir schon denken, aber... Äh, nicht, wenn man beim ersten Mal da lang geht. Es nähert sich dem Ende des dritten Videos. Und wir haben immer noch nichts erreicht. Es tut mir sehr leid, aber... Ähm... Das ist meine Spielweise, meine Freunde. Und damit müsst ihr oder auch ich leben. Zack, 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 zack. So, wir müssen ja eigentlich gar nicht alles kaputt machen. Das reicht schon, wenn wir hier das hier und, äh... Und, äh... Ah, versuchen nie wieder in Mega Man irgendwelche Abkürzungen zu finden. Nein, es ist... Nein. Ich glaube, Mega Man 4 ist noch gar nicht so schwer, weil ich hab bis jetzt noch nichts von dem Teil gehört. Und... Ja, normalerweise, wenn die Let's Player sich so eine Art Challenge setzen, dann... Eher von richtig schweren Spielen und anscheinend ist Mega Man, dass Mega Man 4 entweder zu schwer ist, dass man es durchspielen könnte. Oder doch gar nicht so schwer wie die anderen Mega Man-Teile. Ähm... Ich muss dazu sagen, für Mega Man 2 habe ich 5 Stunden gebraucht. Ne, Moment, das war Mega Man 3. Tut mir leid. Und... Ja, ich hoffe, dass das hier nicht... Auch 5 Stunden werden, weil dann wäre das... Für euch wahrscheinlich etwas langweilig. Für mich definitiv auch. So, die 4 schießen wir jetzt hier aber nochmal ab. Genau, und damit können wir jetzt hier mich... Äh, genau. Wir haben es jetzt ganz geschickt. Nein. Blöder Gegner. Ich glaube, wir können... Nein, wir können es jetzt noch nicht wagen. Wir müssten das eine Ding dann noch kaputt kriegen, genau. Und jetzt könnten wir es mal wagen. Ja. Boah. Hilfe. Also das war... Nicht gerade einfach. Und weiter. Bitte. Passage fertig. Ja. Passage fertig. Egal. Dummer Ballautomat. Interessiert mich nicht. Bald müsste doch mal der Endgegner kommen. Wir haben 2 Energietanks. Bitte. Lasst doch den Endgegner jetzt mal bitte bald kommen. Nein. Bis.